Mit diesem Shopper hat meine Liebe für das Label Julia Held angefangen und ich habe mich wahnsinnig freut auf die neue Kollektion, weil sie sich wirklich zeigen lässt. Der typische Erkennungswert von Julia Held, seiner Tasche, ist der Stoff. Und zwar der beschichtete Stoff, der ein bisschen beschichtete Leinen aussehen. Und wirklich abweisen die gegen alle Unwetter, egal ob am Strand oder im Regen, die Tasche verheben. Meinen stetigen Begleiter werde ich jetzt nicht mehr weggeben. Den hätte ich in New York x-mal verkaufen können. So gut hat das gefallen. Der bleibt bei mir fix. Aber ich werde es ergänzen mit ganz anderen Toilet-Produkten, die Julia Held präsentiert. Julia Held! In dieser Vergangenheit habe ich mich sofort verliebt. Es ist eine Art Retro-Koffer. Ich kann mich erinnern, als ich Kind war, die Köpfe, aber um einiges raffinierter und cooler. Ganz lässig, auch in dem Orange. Kommt schauen, ich zeige dir, was alles da drin ist. Uh, fantastisch. Lass mein Herz höher schlagen. Ja, da macht es so Spass, eigentlich zu packen. Eigentlich hassen zu packen, aber auch so ist wunderschön, um schon zuzuschauen, wenn man seine schönsten Sachen mitnimmt fürs Weekend. Egal welches Produkt, das ich da in die Hand nehme, es ist einfach fantastisch. Es ist nicht nur schön und stylisch, sondern es ist multifunktionell. Das sehe ich schon jetzt beim Packen. All diese kleinen Detail, das macht Spass, wenn man da eben dort einpacken, vor allem wenn es so ein Muffel ist wie ich. Was ich sehr gerne mitnehme ins Hotel, ist meine Mini-Bügel-Eisen. Oft geht es eben nicht mit der Dusche, das typische oder Haarfön. Ich kann es nicht gerne, wenn es Falten in den Kleidern hat. Also der ist wirklich so süss, da kommt Wasser rein, das kann man so ansprayen und dann schön bügeln von Tefal. Absolut praktisch. Und lässt sich gut packen. Das ist die Giulia Held Tasche. Unglaublich, wie viel Platz hat, dass er in diesem Weekend hat. Also kannst du dich ein paar Mal umziehen an diesem Weekend. Nicht nur zum Shoppen oder fürs Weekend sind die Taschen optimal und dann eben auch für den Alltag. Das ist die Business Tasche von Giulia Held. Ganz eine lässige und zwar eben stabil in der Machart. Sie ist quadratisch, das bedeutet, dass schön kannst du Ordner rein tun, sich ein Mäppchen, dein Laptop oder was auch brauchst. Und vor allem hat es ein Fach für uns Frauen, wo wir unsere hohen Schuhe rein tun können, falls wir mit den Turnschuhen arbeiten können. Also kannst du nachher die High Heels im Nachhinein rausnehmen. Hat schön Platz für Fach oder sonstiges, was man will rein tun. Make-up Taschen, also wahnsinnig herzig in seiner Machart. Die kann man natürlich in ganz verschiedenen Ausführungen haben. Jetzt da ist es zum Beispiel Ton in Ton in der Farbe, aber es kann auch ein Kontrast drin sein. Also wahnsinnig viele Möglichkeiten. Alle Modelle gibt es in Hülle und Filme von Farben und eben Innenleben, Innenfutter, was das Herz begehrt. Nicht alles unter dem Label Julia Held, auch kleine Artikel, wie zum Beispiel eine Make-up Tasche. Kann man alles schön rein tun. Stylish auch nachher wieder in die Tasche, passt. Es sieht immer schön aus. Oder für ganz kleine, kannst du ja deine Kasspengen, Geld, was du Lust hast, da drin rein tun. Wunderbar. Und zum Beispiel eben für den Weekender finde ich das sehr schön. Die habe ich nämlich im Rosa. Du kannst alle Produkte rein tun. Badeprodukte oder eben Unterwäsche, was auch die Lust hast. Ein bisschen grösser, damit schön geschützt ist. Oder eben Badeartikel für den Weekender. Daher kommen wir natürlich auch nicht zu kurz. Es gibt auch eine Ausführung für Sie. Und zwar mit einem dunkleren Motiv, also Stoffmotiv. Ganz lässig auch das Innenfutter. Dazu noch eine dicke Gurt. Für den können wir um die Schultern oder zum Velofahren tragen. Alle Taschen sind erhältlich unter www.juliaheldbags.com Und ich bin überzeugt, dass da mit Leerhände niemand aus der Web rausgeht. Und ich bin überzeugt. Vielen Dank.